Heute bei uns zu Gast im Studio sind Robin Strobl und Lukas Munz, zwei Alumni, unsere Studiengangstechnische BWL. Lukas und Robin, was sind eure schönsten Erinnerungen an die Studienzeit in Esslingen? Die schönsten Erinnerungen sind tatsächlich, finde ich, das gemeinsame, nicht nur das Lernen und das Studieren, sondern auch das Gemeinschaftsreizgefühl, wenn man die Prüfungen fertig hat. Da geht man immer gemeinsam feiern, man lässt die Sau raus, meistens nach den anstrengenden Prüfungsphasen, in denen man hier in dem Hochschulgebäude eine Weile saß, gelernt hat und dann ist der ganze Stress vorbei und dann kann man nach den Prüfungen gemeinsam feiern gehen. Das war so die Erinnerung, die ich an die Hochschule habe oder an die Hochschulzeit hier. Wenn ihr an euer Studium zurückdenkt, welche drei Begriffe fallen euch spontan ein? Praxis, Praxisnähe, Spaß, aber auch Teamgedanke. Also Praxisnähe, weil eben Hochschule noch viel, viel mehr an die Praxis orientiert ist, Dozenten aus Unternehmen hat und die einfach noch ganz andere Einblicke haben oder geben können als nur die reine Theorie, was dann auch Spaß macht und der Zusammenhalt, also zusammen in einem Art Klassenzimmer zu sitzen, in einem Studierendenzimmer und gemeinsam dann auch die Mittagspausen zu verbringen und das Ganze etwas familiärer zu gestalten. Also jetzt an der Uni ist das Thema, was auch noch mal zum Faktor Spaß dazu beiträgt und ja wirklich sehr schön war. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.